Bei dieser Katze auf deinem Schoß handelt es sich um ein Fundtier. Wie ist sie zu euch gekommen? Diese Katze ist ja vor einigen Monaten zu uns gekommen. Gefunden wurde sie in Lustenau. Seitdem ist sie hier bei uns im Vorarlberger Tierschutzheim. Bisher hat sich immer noch kein Besitzer gemeldet und wir suchen jetzt ganz dringend für sie einen Platz. Einen Platz, wo sie einfach Katze sein darf, wo sie auch die Möglichkeit hat, ins Freie zu gelangen. Zini ist geschätzte neun Jahre alt und aufgrund von Gewichtsproblemen sollte sie unbedingt vielleicht Diätfutter bekommen. Was man zu ihr noch sagen sollte, sie ist ein sehr ruhiges Tier. Sie sucht eigentlich nur ein Plätzchen auf dem Sofa, wo sie ganz viele Streichleinheiten bekommt.